Prüfungen abschaffen, das ist mein Thema, meine These vielleicht nicht unbedingt. Es ist ein Gedankenexperiment, ein Ablation Study, das kennt man aus der künstlichen Intelligenz. Man hat ein kompliziertes neuronales Netz und fragt sich jetzt, was macht das eigentlich? Was macht da diese Komponente, jene Komponente, jene tausend Neuronen, was machen die denn eigentlich? Was passiert, wenn wir die weglassen? Ist das dann kaputt oder nicht kaputt? So möchte ich den Titel verstehen. Prüfungen abschaffen. Das Gedankenexperiment ist vielleicht gar keines und im dritten Teil möchte ich mal gucken, was gibt es denn überhaupt dann an Ergebnissen? Was würde passieren? Und abschließend eine paar erste Folgerungen aus dem Gedankenexperiment. Was heißt das jetzt eigentlich? Was machen Prüfungen? Was können wir jetzt daraus lernen? Das Gedankenexperiment selbst hat die Kollegin Reimann schon vor knapp zehn Jahren einmal eingeführt. Ich will es ein bisschen konkreter haben. Ist jetzt auch leichter. Zehn Jahre danach mit Corona ist es noch viel leichter, konkreter zu haben. Der Gedanke ist, man lässt mal alle zeugniswirksamen Prüfungen, rechtswirksamen Prüfungen in Hochschulen weg. Da kann man sich fragen, sind das jetzt nur die Summativen, sind das die Formativen? Diese Bezeichnung Summativ, Formativ, die ist ja ein bisschen schwammig, weil es kann auch manches gleichzeitig Formativ und trotzdem für Noten sein. Irgendwelche Tests, zum Beispiel bei den MOOCs. Ich mache sofort Tests von Anfang an und die führen dann zu irgendeiner Abschlussbewertung. Eine andere Unterscheidung wäre Assessment for Certification, Progress and Transfer, zum Beispiel von der Frau Archer, die ich da in klein drunter geschrieben habe. Also diese Prüfungen weglassen, nicht die Tests, die man mal so nebenbei macht. Klar, die braucht man natürlich zum Lernen, sondern die Prüfungen, die dann als Zeugnisnoten am Ende erscheinen. Was würde passieren, wenn man die einfach mal weglassen? Das ist an vielen Stellen gar kein Gedankenexperiment mehr. Erstens, wenn Noten sowieso alle 1, noch was lauten, die Noteninflation, wenn es sowieso praktisch unmöglich ist, ein 2,0 zu kriegen, was heißt dann diese Note noch? Was heißt denn die Prüfung noch, für die ich die Note da bekomme? Die deutet im Endeffekt vielleicht gar nichts mehr. Mit Corona erleben wir das Contact Cheating mehr als je zuvor. Wenn Sie Ghostwriter eingeben oder Klausur oder Take-Home oder die üblichen anderen Begriffe, dann kriegen Sie ein Angebot nach dem anderen. Jetzt weiß man nicht, ist das alles Fake, wollen die vielleicht nur Geld abziehen? Es gibt auch viele Fragen von Studierenden, die Hilfe suchen. Und das hat auch anscheinend nicht viel damit zu tun, ist das jetzt in Anführungszeichen kompetenzorientiert oder nicht. Die Ghostwriterin, der Ghostwriter, wird das schön irgendwie schaffen, egal wer die Fragen stellen. Das bedeutet natürlich, dass die Prüfungen wertlos werden, wenn man gar nicht mehr weiß, wer die Prüfung abgelegt hat. Elon Musk wollte ich einmal zitieren, nicht weil ich ein Fan von ihm bin, sondern weil natürlich viele Leute darauf hören, was er so sagt. You can learn anything you want for free. I want to make sure that Tesla recruiting does not have anything that says require university because that's absurd. Wenn er sagt for free, heißt das natürlich ohne Prüfung. Man kann im Internet alles Mögliche lernen, ob mit den früheren MOOCs mal oder einfach auf YouTube oder sonst wo. Aber dann hat man keine Prüfung. Auch bei den MOOCs muss man die Prüfung dann ja bezahlen. For free heißt, es gibt keine Prüfung. Und er sagt im Endeffekt, wir sind es doch egal. An vielen Stellen ist es sowieso schon outgesourced, was wir sonst direkt noch an den Hochschulen prüfen. In Jura gibt es die staatlichen Justizprüfungsämter, dass Teile eben der juristischen Prüfung gar nicht richtig an der Hochschule verortet sind. In der Medizin sind die vielleicht noch an der Hochschule, die Prüfungen, aber die Fragen kommen woanders her, nämlich von dem Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen. Da gibt es ja schon sowas, dass die Prüfung von außen kommt, obwohl offiziell sie irgendwie noch so halbwegs an der Hochschule stattfindet. Und was schon lange gibt, dass die Prüfungen in Unternehmen stattfinden. Assessment Center gab es schon zu meiner Zeit. Jetzt mehr und mehr in den vergangenen Jahrzehnten für die InformatikerInnen Coding Interviews. Man macht so eine Art mündliche Prüfung. So mache ich übrigens auch gerne eine mündliche Prüfung in Informatik. Wir schreiben mal folgendes Programm zusammen aus einer Datenbank, ist dies oder jenes abzufragen. Da möchten Sie folgendes damit machen und wieder zurückschreiben. Und was machen Sie jetzt, wenn eine Million Datensätze da ankommen? Wann ist es zu langsam und so weiter und so fort? Das als Bewerbungsgespräch sozusagen, ein Coding Interview. Kann man diskutieren, wird aber so gemacht. Noch viel einfacher ist, man guckt sich an, was die Leute einfach auf GitHub gestellt haben. An welchen Open-Source-Projekten haben die denn mitgemacht? Was haben die beigetragen? Wie oft ist das korrigiert worden? Wie viel ist dann vorhin überhaupt übernommen worden? Dann kann man sich einfach angucken auf GitHub, brauchen wir gar nicht mehr Bewerbungsgespräch zu machen. Und natürlich die KI an der Stelle auch. Bisher so zum Abfedern, dass man nicht jede Bewerberin, jeden Bewerber angucken muss. Vorher muss man dann eben als Bewerberin, als Bewerber mal mit dem AI-Recruiter sprechen. Also quasi Alexa oder Siri. Dann aber zum Bewerbungsgespräch. Das machen die Unternehmen und andere Tests, nicht direkt von Unternehmen, teilweise von Unternehmen. Der TOEFL-Test, natürlich alle möglichen Sprachtests, laufen sowieso schon extern, nicht an den Hochschulen. Man kriegt Zertifikate von Microsoft, von Cisco, für irgendwelche Netzwerktechnik. Von den Ingenieursverbänden, als WPI zum Beispiel, kriegt man Zertifikate. Das ist nicht ein Monopol der Hochschulen. Okay, also, vielleicht ist das nicht überall ein Gedankenexperiment, aber wenn wir es jetzt wirklich komplett durchziehen würden, dieses Gedankenexperiment, überall durchziehen würden, was würde passieren? Die Studentinnen und Studenten würden sich natürlich freuen, gar keine Frage. Zunächst habe ich dahinter geschrieben, kommen noch in die Details, die ProfessorInnen werden bezahlt fürs Forschen oder vor allen Dingen ausgewählt fürs Forschen. Die freuen sich vielleicht noch mehr. Es könnte vielleicht ein bisschen Stress geben mit denen, die bisher immer die 1,0 geschrieben haben und vor allen Dingen mit deren Eltern. Wie finden die das, wenn das plötzlich jetzt nicht mehr zeigbar ist, vorzeigbar ist, diese 1,0? In Corona-Zeiten viel weniger Stress mit Distanzprüfung, ganzen Datenschutzgeschichten, keine Einsprüche, man muss keine Aufsicht führen, man muss keine Klausuren aufbewahren. Dieser ganze Verwaltungskram würde wunderschön wegfallen und die Veranstaltungen selbst können endlich locker sein. Was ist einer der Punkte vielleicht, weshalb die Studentinnen und Studenten alles auf schwarz schalten in den Zoom-Veranstaltungen? Man möchte sich nicht blamieren vor der Person, die einem dann auch mal die Prüfung abnimmt. Könnte ein gewichtiger Punkt sein. Bisher hauten wir uns was zusammen, dass die ganzen Kompetenzen, die da in der Modulbeschreibung stehen, auch tatsächlich geprüft werden, vielleicht sogar bei die, die geprüft werden. Das halte ich für gewagt, das zu behaupten. Vor allen Dingen, wenn man wirklich verlangen würde, dass diese alle vorliegen, die ganzen Kompetenzen, die da stehen, dann würde kaum jemand die 4,0 schaffen. Dann müssten wir 80 Prozent durchfallen lassen, wenn wir das streng nehmen, was wir da reingeschrieben haben in die Modulbeschreibung. Und vor allen Dingen, am Anfang des Studiums machen wir da irgendeine Prüfung. Drei Jahre später ist das doch beim besten Willen vergessen. Das merke ich, wenn ich mir selbst was beibringe. Wenn ich ein Video dazu mache, wunderschön kompetenzorientiert. Ich mache selbst ein Video dazu. Nach zwei Monaten weiß ich nicht mehr, was ich da erzählt habe. Also das Vergessen wird überhaupt nicht mit eingerechnet. Deshalb ist es doch vielleicht viel sinnvoller, wenn die Unternehmen das bei der Bewerbung testen. Ich stelle, dass die Hochschulen das zwischendurch testen. Die Großen können das selber tun. Die haben die Men- und Women-Power, das selbst zu tun. Für die kleinen Unternehmen braucht man vielleicht die Verbände, Fachgesellschaften, keine Ahnung, sowas wie die Gesellschaft für Informatik in Deutschland zum Beispiel. Die könnten doch Prüfungen anbieten, vielleicht sogar gegen Geld. Interessantes Geschäftsmodell, ob man es haben will, ist eine andere Frage. Dass die Prüflinge bezahlen müssen, die Prüfung. Wir können uns freuen, endlich wird alles vergleichbar. Denn wenn Hochschulen Studiengänge anbieten, wird das ja keiner studieren, wenn diese Studiengänge nicht zu den Prüfungen passen, die nachher von den Unternehmen verlangt werden. Also endlich werden Studiengänge vergleichbar, vereinheitlicht dadurch. Bologna wird Wirklichkeit. Wir haben eine Art von Qualitätssicherung. Die Leute, die das prüfen, können nämlich sagen, also von der Uni so und so viel sind bei uns 10 Prozent durchgekommen und von der Fachhochschule so und so sind bei uns 15 Prozent durchgekommen. Plötzlich hat man einen knallharten Wettbewerb an solchen Stellen. Obendrein werden natürlich die Lehrenden gezwungen, werden selbst Zertifikate zu erwerben. Gibt es jetzt schon zum Beispiel von Microsoft Zertifikate für TrainerInnen. Die werden dann quasi Pflicht werden als Auszeichnung, dass man sagen kann, hier, ich kann euch das wirklich beibringen. Eine Sache, die nicht passieren würde, glaube ich, wenn man so einen Studiengang hat wie Ägyptologie oder Astrophysik, ich glaube, da wird sich nichts ändern. Ich kann es nicht von innen sagen, aber das ist vielleicht ein spannender Punkt mal zu diskutieren. Was würde in einem solchen Studiengang passieren, wenn Sie sagen, es gibt keine Noten mehr? Ich kann mir vorstellen, dass sich einfach nichts ändert. Ansonsten aber in den übrigen Studiengängen, denke ich, haben wir so zwei Pole, die sich dann sehr klar voneinander trennen werden. Bisher gibt es sie auch schon mit viel Grau dazwischen, aber ich denke, diese beiden Pole werden sich sehr klar trennen. Auf der einen Seite die Studentinnen, die sich leisten können, zum Beispiel, weil die Eltern sich das leisten können, die sich einfach leisten können, studieren, was sie interessiert. Und die machen das einfach, egal, wird schon irgendwas bei rumkommen. Wir sind weich gebettet. Wir studieren das einfach mal, weil es uns interessiert. Und an der anderen Seite diejenigen, die es studieren müssen für den Job. Der Zwang wird immer stärker. Man muss studieren. Gerade jetzt, die Ausbildungsplätze brechen weg in Corona-Zeiten. Man muss studieren, wenn man keinen Ausbildungsplatz kriegt hat, auch wenn man gar nicht studieren wollte. Diese Schere, denke ich, die wird massiv aufgehen. Und für die hier auf der rechten Seite, ich muss studieren, um einen Job zu bekommen, und für die ist ja hauptsächlich das Constructive Alignment gedacht, dass man auch gefälligst genau das prüft, was auch gelernt werden soll und was vorher hoffentlich auch unterrichtet worden ist. Also eine massive, extrinsische Motivation durch die Prüfung. Könnte man jetzt auch fragen, ist das nicht eigentlich was anderes als Hochschulbildung, wenn man die Leute durch die Prüfung motivieren muss? Was könnte man daraus lernen? Was machen Prüfungen? Ja, das ist die Idee aus diesen Gedanken. Wer nach Theory X erzogen ist oder nach Theory Y erzogen ist, das ist bisher nicht so ein drastischer Unterschied durch die Prüfung. Wenn Prüfungen wegfallen, könnte dieser Unterschied aufgehen. Das ist diese Zweiteilung, die ich eben meinte. Theory X, wer macht nur was, wenn er bezahlt wird oder wenn sie bezahlt wird, mit gutem Grund. Und extrinsische Motivation und Theory Y sind die Leute, die fünf unbezahlte Praktika machen in New York und Sydney und London und mit 30 den ersten Herzinfarkt haben und mit 45 Burnout oder in der anderen Handfolge. Dieser Unterschied, der wird durch Prüfungen, denke ich, stark nivelliert. Wenn wir die weglassen, wird die Schere aufgehen. Und Foucault muss auch noch vorkommen. Darunter natürlich die Technologien der Selbst, Selbstoptimierung. Wer beherrscht es, kann es sich auch leisten, wer beherrscht es, sich selbst zu optimieren und wer wird optimiert werden. Das ist auch die Schere, die da aufgeht. Und Prüfungen machen Machtstrukturen. Augenfällig, wo ich bei Foucault war, bin ich draufgekommen. Machtstrukturen. Wer hat die Macht zu prüfen und wer muss geprüft werden? Wenn alle Prüfungen bei 1, irgendwas landen, heißt das auch was über Macht, dass dann nämlich die Macht doch stark geschwunden ist. Wenn ich geprüft werde, wende ich nicht mehr dieses Herzblut auf für die Veranstaltung, denke ich zumindest, so wird es mir gehen. Wenn ich jetzt eine pflichtmäßige Fortbildung machen müsste, mit einer Prüfung am Ende, die für dich sowas von runterreißen, diese Fortbildung, da würde ich kein Herzblut investieren. Insofern hilft es einem bei der Distanzierung, die Prüfung. Das war da bitte nicht Tag und Nacht seine Arbeit investiert. Man lernt durch die Prüfungen mit Machtstrukturen umzugehen, nachverhandeln. Das kenne ich aus vielen Situationen mit Studentinnen und Studenten. Das haben die gelernt, das Nachverhandeln. Ich konnte nicht dieses oder jenes und das Projekt, das war schwierig, weil und dann ist das und das passiert. Und Rechte zu nutzen natürlich auch, auf die eigenen Rechte zu pochen, die Rechte durchzusetzen, die man hat. Sowas lernt man an Prüfungen. Muss man vielleicht auch mal gelernt haben im Leben. Zum Abschluss nochmal Elon Musk. Er hat nämlich noch ein bisschen mehr gesagt. Nach den ersten Sätzen zu, bei Tesla brauchen wir keine Universität, ein Universitätsabschluss. Er hat nämlich dies hier gesagt, but there is a requirement of evidence of exceptional ability. I don't consider going to college evidence of exceptional ability. Das ist ein schweres Urteil über die Hochschulen und sagt, wie stressig das werden würde, wenn plötzlich die Herausforderung ist, nicht eine Note, 1, irgendwas auf dem Zeugnis zu haben. Wenn die Herausforderung ist, eine herausragende Fähigkeit zu besitzen, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr stressig. Stressiger als bisher jemals. Fazit. Es könnte sein, scheint mir so nach diesen Betrachtungen, dass die Prüfungen eine Art nicht angriffspakt sind. Stilschweigender nicht angriffspakt. Leben und leben lassen. Es gibt so etwas Ähnliches von Q, den Disengagement Compact. Bei den Prüfungen, glaube ich, haben wir so etwas Ähnliches, dass man sagt, was ist das, was gerade noch so geht, was für die ProfessorInnen und die StudentInnen und für die Gesellschaft gerade noch so machbar ist, ohne dass wir uns da zu viel Fahrausgaben. Wenn die Prüfungen weglassen würden an den Hochschulen, würden sie zwangsläufig anderswo stattfinden. Und ich denke, es würde schlimmer werden als je zuvor, wenn die Prüfungen anderswo stattfinden. Ein Red Race ohne Gnade. Dankeschön.